Die Geheimnisse des Ayurveda für eine strahlende Haut Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von www.intuition.ch Ganz gleich, ob Sie einen strahlenden Tint wünschen oder einfach die Gesundheit Ihrer Haut verbessern möchten, es gibt viele Möglichkeiten, dies zu erreichen. Ayurveda ist eine Wissenschaft, die das Gleichgewicht im Körper fördert, einschließlich des Verdauungssystems, des Energieniveaus und der Haut. Das System ist darauf ausgerichtet, den Einzelnen auf der Grundlage des Doscha seiner Haut und seines Haares zu behandeln, und es hat mehr Einfluss für eine strahlende Haut als teure Kosmetikprodukte. Zunächst einmal ist es wichtig, die richtigen Lebensmittel zu essen. Eine Ernährung, die viel Obst und Gemüse enthält, ist die Grundlage für eine gesunde, strahlende Haut. Obst und Gemüse sind eine reiche Quelle für wichtige Vitamine und Mineralien. Versuchen Sie, Gemüse wie Brokkoli, Karotten und Tomaten zu wählen. Sie können auch mehr Wasser zu Ihrer Ernährung hinzufügen. Die Verwendung von Kräutern und ätherischen Ölen zur Pflege Ihrer Haut ist eine weitere Möglichkeit, sie zum Strahlen zu bringen. Die traditionelle ayurvedische Hautpflege legt ebenfalls großen Wert auf die Verwendung natürlicher Zutaten und die Herstellung von Hautpflegeprodukten aus diesen Zutaten. Dieser Ansatz zur Schönheitspflege ist nicht nur natürlich, sondern auch erschwinglich. Viele ayurvedische Produkte können Sie zu Hause mit Zutaten aus Ihrer eigenen Küche herstellen. Eines der am häufigsten verwendeten Kräuter im Ayurveda ist Kurkuma. Dieses Kraut ist reich an Antioxidantien und entzündungshemmenden Eigenschaften. Wenn Sie Kurkuma mit Honig und Rosenwasser mischen und auf Ihr Gesicht auftragen, können Sie einen strahlenden Teint bekommen. Dieses alte Heilmittel ist in fast jedem indischen Haushalt vorhanden. Den ganzen Artikel, die Geheimnisse des Ayurveda, für eine strahlende Haut. Mit verschiedenen Videos finden Sie auf www.intuition.ch Einfach den Link unter dem Video anklicken. www.intuition.ch www.intuition.ch